Ich habe einen genauen Trainingsplan. Besonders jetzt in der Wettkampfvorbereitung trainiere ich ganz gezielt auf die Rennen hin. Das Schönste für mich ist, wenn ich mich draußen bewegen kann, wenn ich in der Natur unzählige Trainingsstunden und Kilometer abspulen kann. Da kann ich so richtig abschalten, da ist der Fokus ganz auf mich und auf meinen Körper. Im Training greife ich gerne auf den Willi-Dungel-Kraftriegel zurück, besonders bei ausbauenden Trainingseinheiten, damit ich wieder voll angreifen kann.